Heute schauen wir uns den gigantischen Kampf zwischen den Rainbow Friends und der Alphabet-Lore an. Und noch viele weitere Geschichten. Let's go! Rainbow Friends vs. Alphabet-Lore. Let's go! Okay. Da haben wir schon mal die Alphabet-Lore, die irgendwo im Gefängnis sitzt oder eingesperrt ist auf jeden Fall. Eff. Okay. Wow. Alles klar. Was ist das denn? Okay, das sind irgendwelche bunten Dinger. N ist da. Okay, Super N. Mit dem Semikolon. Und er brennt. Alles klar! Okay. Aber Eff hat die Power des, äh, was auch immer. Okay, jetzt geht der Kampf los. Let's go! Uh, N haut ihm einen rein. Alles klar. Let's go! Okay. Was geht los? Äh. Okay, das war's schon. Oh, nee. Doch nicht. Das war mir fast klar, dass es das doch nicht war. Oh, Mann, Alter. Oh, da ist er hinten. Und er versucht gerade, ihn zu befreien, aber... Oh! Ähm. Oder auch nicht. Und N denkt sich so. Verdammt! Oh, F hat ihn... Oh, achso, stimmt. Der war ja eine Bazooka. Ja, so war das. Genau. Alter. Okay, was passiert jetzt? Ah, boob! Oha. Oha, das hat N völlig erledigt. Und jetzt reißt er sich den ersten Teil an sich. Den ersten Stein der Macht. Oder das erste Satzzeichen der Macht. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Oh, Mann, ey. Muss man ein bisschen leiser machen hier. Ähm, okay. Oh, was hat er denn jetzt gemacht, ey? Oha, okay. Lol. Was war das? Friend. Ah, das ist ja sein... Das ist ja sein... Find. Was? Irgendwelche Buchstaben. Und er denkt sich jetzt so... What? Okay. Ich glaube nicht, dass er ihm gut gegenübersteht. Und irgendwie glaube ich aber auch nicht, dass... Fire. Feuer. Okay, 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 okay. Der kriegt jetzt wahrscheinlich erstmal voll den krassen Feuerball ab. Und? Oh, Alter. Ey, was ist ein Drache oder sowas? Warum rennst du? Wir werden angegriffen von Buchstaben-Monstern. Okay, der ist sich auch gar nicht so sicher, dass er... Okay. Sie müssen sich aufteilen, damit sie sie bekommen können. Okay, dann wünsche ich dir immer viel Glück. Man, ehrlich gesagt, finde ich die Buchstaben auch ein bisschen komisch. Okay. Oh, da kommt D, E. Und die beiden sind im Bett. Zusammen mit Lila. Oh. Oh, Mann. Wow. Du hättest viel weniger reden sollen, dich einfach ein bisschen mehr beeilen mit dem Zugreifen. Oh, lol. Oh, als ob Lila jetzt wirklich ein bisschen Siegfried von zwei Buchstaben von Ed. Oder D. Wer weiß, keine Ahnung. Okay. Oh, da ist die I-Bazooka. Sozusagen alles klar. Gegen wen muss... Gegen wen muss die wohl kämpfen? Oh, jo. Der kann einfach zielen. Oh, mein Gott. Ah, gegen Grün. Okay. Hallöchen. Weil er blind ist, ist er jetzt kein großer Fan von Buchstaben. Habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, warum die eigentlich Münder haben, die Buchstaben, aber irgendwie trotzdem nicht reden können? Das ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Ah, wir können ja reden, aber nur die Buchstaben. Das sind ja einfach mein Gläu... Oh, da ist ja auch noch R, oder? Es ist R, glaube ich. Ja, das ist R. Oh. Oh, ich muss also mit F kämpfen. Niemand respektiert nicht seine Familie. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das besser übersetzen kann. Oh, okay. Das tut schon mal ein bisschen weh, aber... Ich glaube, der macht auch noch... Oh, okay. Müssen sie zurücksetzen, wo sie herkommen? Oh, oh. Leute, ihr habt ein Eindringling? Oh, Mann. Okay. N ist jetzt, glaube ich, sowieso nicht der stärkste Buchstabe, oder? Wenn er keine Kraft hat. Oh. Oh. Okay, jetzt sagt er es auch nochmal tatsächlich, dass sie nur das sprechen könnten, was sie halt... Okay. Okay, er hat was, was übersetzen kann, was sie sagen. Ich glaube, N wird ihnen helfen wollen. N, 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 N. Okay. Okay. Okay, er erklärt ihnen jetzt erstmal so, was die Rainbow Friends sind. Und ich glaube, N wird sich mit dem Verbünden. Mit den Rainbow Friends, um sie wieder zurückzuschaffen. Z ist der Homeplanet und hat eine ultimate Power. Er kann sogar die Letters zurück und zurück durch den Zeitraum senden. Z. Z, genau. Z ist einer der... Aber Earth wollte, um die Z's Limiten testen. Er hat einen Planeten übernehmen, das nicht genug für ihn sein. Also hat er entschieden, ob Z seinen Vater fern könnte. Und er kann sich mit einem anderen Universum zusammen senden. N ist ein Mitglied der Gruppe von kräftigen, herrlichen Lettern. Okay, genau. Und er selber ist... L, M, N, O, P. L, M, N, O, P. Ah, genau. Die Superkräfte haben. Ja, okay. Das wissen wir schon. Aber er war falsch. Mit seinem Gem weg und er verloren hat seine Kraft. Ohne seinen... Okay, ohne seinen... Sein Stein halt in dem Kolon kann er nichts machen. Und hat die Macht gehabt. Alles... Okay, F war auch noch nicht immer böse. Böse. Die haben N gemobbt. Und F? Fart. Achso, ja. Genau, das ist das, was wir in der Alphabet Lore auch gesehen haben. Die haben ihn dann geärgert. Oh. Und die beiden fanden das nicht so cool. Es war so sad, dass die T-A-F-Kriege hart und kristallisiert wurden durch die Punktuation-Germs, die wir heute kennen kennen. Oh. Er pushed F in R, I, C und K zusammen, forcing him to spell one of the only forbidden words he did. Frick. Frick. The other letters were disgust. How could he? They all teamed up to beat up that big and more. Wow. Und dafür haben sie ihn? Oh, Mann. Der Arme. Ja. Der letzte Kristall seiner. Das Fragezeichen. Er wurde verbittert, weil er immer älter wurde. Er war nicht böse. Er war einfach nur alleine. Die Rants. Rants. Okay. Und das hat er gesagt, indem er fünfmal den Buchstaben N gesagt hat. Stell dir das mal vor. Oh. F hat ihn besiegt. Oh, oh. Und er hat dieses komische Ding. Red, you have a way to teleport the back, right? I'm still working on it. Stell dir das mal. Und er kommt auch irgendwie nicht klar damit. Okay. N und Blue kämpfen gegen den F halt. Okay. Oh, sie haben ihm den Stein wieder abgenommen. Oh. Und den hat jetzt Ross. Und was macht er damit? Er schmeißt den wahrscheinlich N zu. Gehe ich mal davon aus. Bam. Let's go. Okay. Da ist schon wieder ein super N, Leute. Wow. Ein muskulöses N. Oh, Mann. Oha, der kann sich teleportieren, scheinbar. Und. Boom. Nice. Oh, Mann. Cool. Okay. Das war's dann wohl mit F. Und. Da ist das Portal wieder. Okay. Sie werden alle zurückgesendet. Zurück dahin, wo sie herkamen. R und I. Ends. Ach, sind das alle Buchstaben, die das Wort Friends ergeben? Oh, und F. Auch F verschwindet. Aber auch S. Aber er hat seinen Stein wieder zurück. Was gut ist. Wuhu. Okay. R, I, N, D, S. Ja, okay. Und F lassen sie wieder alleine, wo er war. Und der ist ziemlich sauer. Okay, das war schon ziemlich cool. Jetzt gucken wir uns noch ein Video an über die, äh, Wiedervereinigung der Familie von Purple. Also, Lina. Hoppala. Also, da war meine Stimme kurz weg. Wow, wer ist das denn? Oh, das ist Lila. What? Wer ist das denn? Ich meine, Lila hatte doch eine Tochter. Aber das, ich glaube nicht, dass sie das ist. Leave him alone. Ah, da ist, da ist. Lila. Und der entkommt, aber wird verfolgt von irgendeinem Kiech. Okay. Er ist schnell in den Vans. Und da ist die Kanalisation. Er ist auch ein Lila. Hä? Okay, ich glaube, da hat irgendwas mit dem Video nicht funktioniert. Warum war der denn weiß? Seine Mutter? Wie ist das denn möglich? Du wirst du? Es hat alles begonnen. Der Tag des Feuer. Was? Er ist eben genau, die wurden ja im Fall. Er ist ja genau, die wurden ja im Fall. Oh, mein Gott. Ihr Vater und ich waren zufrieden, um dich zu finden, in deinem Bruder, in der Schmuck, zu sagen, deine Namen. Du beide hielten, schraubt unter dem und dem, weil du so gefährlich warst. Du warst nur Kinder. Und du wirst nicht verstehen, dass das genau was nicht zu tun, während einem Feuer. Und ihr Vater ist zurückgeblieben und hat nach seinem Bruder geblieben. Er hat zu lange gebraucht und er hat ihn nicht finden können, sein Bruder. Und sie ist mit reingegangen? Ehrlich jetzt? Ja, gut, das ist... Oh, Mann. Oh, sie konnte das Ding hoch tragen, alles klar. Aber sie sind trotzdem zu stark, die Flammen. Sie konnten nichts gegen machen und... Oh, es hat die Gasleitung berührt, deswegen ist es explodiert. Oh, sie sind nirgendwo in die... In die... In die... Wöhlendecke gefallen. Sie sind aufgewacht in einem... Krankenhaus. Sie waren komplett kaputt. Sie wollten ihn, sie wollten ihn, sie wollten ihn kontaktieren, aber sie haben ihn nicht kontaktiert, weil sie Angst davor hatte, dass er Angst vor ihnen hat, weil sie so großzügig ausgedacht hat. Aber sie hatten ihn immer im Blick. Sie hatten ihn immer beobachtet. Ich dachte, dass du ein tolles Leben führen wirst und... Naja, du bist Verbrecher geworden, das ist doch toll. Ey, aber wenn deine Mutter stolz darauf ist, dass du Verbrecher geworden bist. Na gut, also er hat auch eine Frau und ein Kind gehabt, so, aber... Oh, Mann. Oh, die beiden haben sie fertig gemacht. Und sie haben versucht, seine Tochter zu beschützen. Just as we were heading to your apartment, we saw your daughter hanging up missing posters with your face on them. Oh, we couldn't believe it. There was no way that you would have abandoned your daughter. Not like we did. We knew something had gone wrong. And so we started an investigation that led us here. To the Rainbow Friends Playplace. Und sie haben... ...die Playplace gefunden, den Rainbow Friends... ...heil aushalten. Oh, und da hat wohl sie angegriffen von? Okay, Blau hat sie nicht gesehen. Aber... Er war da. Ja, er hat die... ...seine eigenen Eltern wie Jagd, lol. Oh. Aber sie haben ihn ausgesperrt. Oh, das war doch bevor er zu rot wurde, okay. Er wusste, wer sie waren. Er sagte, sie könnte ihn... Er könnte sie heilen. Aber ich glaube, ich weiß, was passiert. Oh, Mann. Der erste Mal in einem langen Zeit... ...hielten wir hoffen, sich zu retten. Der Mann hat gesagt, dass er nach der Operation... ...hier uns zu unserem Sonn introduceert. Ah. Er würde sie ihrem Sohn vorstellen. Und sie haben nicht nachgefragt. Die sehen doch ganz normal aus. Das ist die Kapitze neben. Und für eine kurze Sekunde... ...hier uns wirklich... ...hier uns im ersten Mal in Jahren gesehen. Dieser Moment der Glückwunsch... ...hier uns zu spät geworden ist. Der Prozess war nur zu Beginn. Unsere Haut begann zu schmerzen... ...in einem grösschen Blut, als unsere Körper... ...hier uns zu spät verwechseln. Wir haben angefangen, wie die grösschen Blut... ...die wir in den Events sahen... ...und ich wusste dann, was von unserem Sonn geworden ist. Aber es war zu spät. Und er war so sauer. Der Mann hat ihn besagt, bevor ich mir sagen, dass der Prozess ein Fehler war. Ich versuchte ihm, um ihn zu retten, um uns zu normalen... ...aber der Mann schlief. Er wollte sie nicht mehr zurückverwandeln. Aber wir wollten das nicht. Er sagte dann, dass er bereits einen Purple-Rainbow-Friend... ...und dass wir als Duplikate... ...wurfen werden in Storage... ...as ein Antigenz-Plan. Er hat schon einen Purple. Und er braucht sie nicht. Er ist nicht mehr da. Er hat keine Hoffnung, um unsere Kinder wieder zu sehen. Sie wurden eingerspürt. Oh, Son. Oh, ich bin so sorry. Mom, es ist okay. Es ist er. Dad! Dad, es ist mir. Du musst nicht mehr schrecklich sein. Du hast mich gefunden. Wir sind endlich wieder zusammen. Together. Oh, das ist dein Sohn. Ich bin so sorry. Ah, jetzt schicke das. Oh. What? Okay, das ist wohl sein Bruder dann. Alles klar. Okay, das war krass. Die arme Familie von Purple, Alter. Oh, Mann. Wo wir gerade noch bei dem sind. Oh, der wird gerade verfolgt von Blau. Der allerdings nicht so ganz blau ist. Oh, Mann. Oh, oh. Da ist Rot auf jeden Fall auch wieder. Oh. Was? Oh, Mann. Ah, die Farben werden vertauscht. Und seine Farben werden auch sich verändern. Okay. Er möchte keine. Ja, ich mag es auch. Lila. Ich mag auch Lila am liebsten. Kann ich verstehen. Keiner hat eine. Eine Wahl. Ah, okay. Jetzt erklärt er ihm, wie das passiert ist. Dass die Farben getauscht wurden. Aha. Sein letzter Versuch. Wie er zu Menschen werden wollte. Oh, Mann. Und zack. Oh. Es scheint sich denn alles etwas zu haben. Oh. 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 Er wurde ein wirkliches Rainbow-Friend. Und er auch. Oh, Mann. Es hat wirklich wehgetan, weil er ist wirklich einfach rot geworden. Oh. Und das gesamte Zimmer auch. Außer du. Oh. Und dann ist er rot gewesen. Und rot ist dann wahrscheinlich blau. Und er hat auch, er hat auch dann richtig den Charakter von rot übernommen. Will reich werden, Experimente machen. Und er wollte einen neuen Freund machen. Blue. Oh. Er tat ihm leid. Okay. Aber er merkt, dass er jetzt halt viel intelligenter ist als davor. Und er musste mitmachen. Und die beiden. Okay. Wow. Was hat der denn vor hier? Oh. Und die beiden vertauschen sich davor. Statt ich auch. Rot. Oh. Der Bart wurde grün. Au. Und er konnte ihn nicht mehr sehen. Aua. Er kann jetzt sehen und ist sehr schnell. Und hungrig. Die haben auch die Fähigkeiten, also gewechselt. Oh. Und sie hatten wieder offen. Oh nein. Oh nein. Er will die alle aufpressen. Aber grün kann ihn halt nicht auf. Also orange. Also kleinen grün kann ihn halt nicht auf. Ja genau. Weil er halt blind ist. Oh Mann. Es gab keine Mitarbeiter. Oh. Oh. Oh, er hat blau gestickt, um ihn aufzuhalten. Oh. Oh, okay, die haben richtig krass gefeiert, erst mal. Huh. Und Grün hat noch mitgeholfen. Oh. Und sie haben ihn irgendwie zurück ins Labor gebraucht, um ihn wieder zurückzuverwandeln oder sowas. Oh, Mann. Oh, Mann, und ich blau tanzt für die Kinder. Aber er wollte es wieder rüber, dass er Geld verdient hat. Ja, das ist doch gut. Ganz komisch. Oh, er konnte entkommen. Oh, nein. Er hat das gleiche wieder ausgelöst. Oh, nein. Die Menschen auch. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay, und er musste es wieder versuchen. Er hat mit... Okay. Er ist der neue Rot und will Experimente durchführen. Und das an Lila. Alle, außer ihr. Oh Mann, was hat er vor? Er muss nicht, aber er will. Und er ist das gleiche Monster geworden, was rot war. Oder ist. Oh! Jetzt passiert es ihm auch. Oh, ah ja, Lila hat ja sehr, sehr lange Arme. Oh no. Oh, jetzt wieder er? Wow. Oh nein. Was ist denn aus ihm geworden? Okay. Klar, Leute. Kein Problem. Ich würde sagen, das war jetzt mal schon ein ganz schön krasses Video, Leute. Halleluja. Ich würde trotzdem mal sagen, Leute, lasst einen Daumen nach oben. Unten ein Abo auf den Kanal, um keine Abonnenten zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Auf geht's. Auf geht's.